So, dann schauen wir mal. Geopas Traskron hier. Auf 60 Cent, was da geht. Komm, hier und noch ein, komm. Und? Da ruhig noch einen Käfer geben könnte. So, jetzt brauchen wir die Ladies hier. Damit sich die Tafel verbessert. Ja, weiter so. So, über den Mistkäfer müssen wir schnell lieber weg, weil der kommt meistens nicht. Na gut, kommt er dort. So, jetzt mal schauen hier. Wo bleiben die Kätzchen? So. 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 2 1 1 1 1 2 3 So, zwei Toolen und dann auf den Euro. Vielleicht gibt er uns ja Freuspiele. Ich glaube, Euro ist nicht die Einstellung. Das wäre es jetzt gewesen, warum macht er nicht? Wir machen ein paar auf 1,50 und dann geben wir es uns auf 80 Cent. Das war's. 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 sehr gut und jetzt wollen wir mal hier so ein beschleuniger bild sehen schade und jetzt wäre krass verlängerung aber wie gesagt gibt er nicht und auch kein beschleuniger bild 16 euro naja machen wir nochmal zwei umdrehen und dann auf den euro da sind sie durchgelaufen jetzt aber nur zum lochen kann ja so mal eine reihe mistkäfer geben wenn er die in dem freispielen schon nicht gibt oben hängt machen wir ein paar auf den 1,50 wieder und auf den euro und 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 und